Hallihallo Hallöle und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Batman Arkham Knight Tja wir sind jetzt hier mal wieder um eine Festung kaputt zu machen mal wieder wie immer halt ne wir müssen jetzt erstmal rauskriegen wie wir jetzt dort am dümmsten vorgehen also das Ding ist auf jeden Fall dort okay der Typ dort der hat das Teil dann können wir es vielleicht sogar hacken ich muss näher ran scheiße näher ran wie soll ich da näher ran du Idiot wozu hat man denn so ein Hackgerät wenn es nicht funktioniert ey oh man wenn wir die Federhaus fangen können wir ruhig etwas Spaß haben bevor wir ihn abliefern das Ding hat mich fast gekallt als ich es angefasst habe sooo dann machen wir es eben anders dann machen wir es eben so der kriegt auch noch einen Schlag was haben wir denn hier eigentlich alles für Typen hm der Kunde dort der Kunde dort das Gas abkriegt heißt es Panik durchdrehen Kampf oder Flucht aber manche Leute haben die Affizinationen kurische Erinnerung nur irres Zeug zum Glück waren wir nicht oben äh ich will eigentlich da irgendwie hin geht aber irgendwie stimmt Werdmann hat das Gas beseitigt aber was macht das schon Scarecrow hat die Stadt erwischt jetzt ist klar keiner ist sicher hm was war das weiss nicht es kam von da drüben wer will ich uns jetzt zieht sich hoch findet ihn la 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 ich krieg dich du Freak an einem Boot ich seh nach wo ist er hier drücken ich steh Waffe es hat bekommen er schnappt sich uns wir wussten dass er hier ist wie konnte das passieren der Typ war unachtsam macht es ihm nicht nach wir können hier nichts tun verteilt euch und findet ihn jetzt ging es auf wem er waren das alle das waren alle was ach eh noch war noch den hab ich schon nie gesehen den Typen Mensch 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 so jetzt aber Quatsch ist das das falsche so ein bisschen schmalz ein bisschen Butter da haben wir nur noch einen Wurm noch einen Milizmachtraum übrig Alfred Zeit das hier zu beenden und das werden sie auch Wasserfluss bestellen sie meine grüße bestellen sie meine grüße ich hatte schon zu lange keinen richtigen kampf aha na dann helfen wir dir mal einen hinzubekommen ich glaube das ist schon vorbei so wo ist denn jetzt hier das Ding es ist noch nicht zu spät beizutreten der Pinguin sucht immer nach neuen Rekruten die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein ok also hier unten ist noch einer das Gerät ist da drüben la 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 und zwar zwei mit einer Minigun drei mit einer Minigun vier mit einer Minigun müssen wir irgendwie runter kommen so der Typ da unten ist in dem ich ja auch so da ist auf jeden Fall das Gerät ich wollte den anderen haben nee ich will den hier vorne haben meine Fresse ey was macht denn der hier das ist noch hier das ist noch hier das ist noch hier das wird zu heftig muss ich irgendwie einzeln ausschalten ich brauche Deckung ich brauche Deckung was war das das ist viel lang er wird nach oben fragt ihn ich sehe mir den Typen an den Weltmann holt geschaltet hat wo ist er hier drüben ja wir sehen uns dort zieh dir das an er schaltet uns der Reihe nach aus wir dürfen nicht noch mehr Männer verlieren der ist zu schnell wir haben keine Chance der Typen hat es ganz schön erwischt wenn wir nicht aufpassen sind wir die nächsten das sind vier Mann das ist eine Kacke ey da ist ein Gitter war eine lange Nacht Batman tun dir die alten Knochen schon weh das Gitter hätte ich gemusst ist er weg ich glaube er ist weg da war der Purs an die nächste Möglichkeit bieten wir keine hörst du Bertmann wir kennen deinen Dreck verzieh dich lieber die zwei Kunden hier mit dem MG die können mir echt gefährlich werden ich habe nicht mehr viel Leben Entschuldigung Sir wir können den nicht aufhalten halt die Klappe was habe ich denn noch schaffe das bleib wachsam haltet die Waffen schussbereit er darf nicht zuschauen ich muss ein Ziel auswählen bevor ich einen Befehl gebe wenn er wiederkommt müssen wir bereit sein oh das bin ich ich werde den Freak mit Blei vollpumpen wie machst du das dafür dass der Generator abgeschaltet ist der Boss ist zurück ich wusste er wird uns nicht zurücklassen wie sie meinen Boss das war kein Unfall jemand hat die Explosion ausgelöst das gefällt mir nicht wir können nichts wir verteilen uns und nehmen Rache ich kann den Minigun-Schützen nicht leise ausschalten ich muss ihn mit einer Reihe von Treffern verlegen das ist nicht persönlich und ich sehe das ist nicht nur aber ich kann den Spaß sein ich bringe das zu Ende bevor der Morgendämmert ich habe ihn Batman meine Position jetzt machen wir hier noch auf einen Ninja ich habe abgewartet und immer gewusst dass ich dich nochmal zu packen kriege so jetzt auf die Fresse auf die Fresse Drecksack das war eine schwere Geburt muss ich sagen so Explosivgel in den letzten Container rinrotzen so das war der letzte du attackierst meine Armee Batman du könntest vielleicht zu mir durchdringen aber ich brauche keine Wachtürme und auch keine Kontrollpunkte wir haben Panzer auf den Straßen und Gotham ist vermint du hättest lieber nicht nach Gotham zurückkehren sollen Slade ich habe Jahre auf meine Revanche gewartet aber gratis wollte ich es nicht tun was wie gratis ne Quark das war ja hier drücken so Panzer der hat doch keine Panzer mehr ja Mine ist noch irgendwo Infos hier haben wir natürlich wieder keine Infos hier fehlen natürlich noch ein paar hier habe ich auch keine Infos Eigo wir machen das hier oben und dann geht es mal zurück in die Richtung auf zum Glockenturm oder wir stutzen halt Feuer ins Wasser ist eigentlich total latte da unten ist eine Mine das mache ich jetzt aber nicht abschlimm ich keine lös drauf mich schon wieder mit drei mit den Panzern anzulegen wir machen jetzt einfach mal hier die Storyline einfach mal weiter na komm so so ich glaube dass ich vielleicht auch an diesem Gas geschniffelt habe schwer zu sagen bei all dem irren Zeug das hier passiert so so es müsste gleiten ist ja schon toll das sieht so aus als lege es jetzt an Scarecrow da unten ist auch noch eine Mine so also der ist jetzt in meiner Bude hier ok und wie es hier weiter geht das erfahrt ihr im nächsten Teil von Batman Arkham Knight mal gucken vielleicht verholen wir diesmal sogar auch den diesen Scarecrow Typen bis dahin danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tschüss.